Was geht ab Boys & Girls? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Warzone Deutschland. Mein Name ist Chris Diavolo und ich zeige euch die teuflischsten Clips der vergangenen Tage. Schnallt euch an! Bei mir noch zwei, Yoshi. Ja, Yoshi. Mach mal. Hinter dir Carsten in dem Bildschirm drin. Ultra low Yoshi, one time. Haha. Kram Squad. Leben macht keinen Sinn mehr. Kannst du gar nichts machen, das ist so los. Das ist die Geekloch. Er schmeißt mit zu vier hoch oder was. Das ist wirklich. Ich hab zwei Nock und der Püßli. Hast noch einer? Die Treppe runter. Den hab ich Nock. Noch einer. Oh mein Gott, Komplettlich Shitton. Komplettlich Shitton mit ner Pistol. Wie für ein dicker Fight schon. Da landet einer. Wer hat nen Body Hit bekommen? Ich flip aus. Oh. Nein. 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 Haha. Ja, wo dieses Gitter dann ist, sozusagen. Da kannst du nie drauf heilen. Na halt. Ich hab ein kratzen gebeten. Was ist das? Was ist das? Das ist verrückt. Geht! Geht! Oh mein Scheiß! Wirklich so verkehrt! Ich kann nicht so schwimmen. Ich nehm meinen Almosen, spenden wir auch. Power up man! Papp, 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 papp! Schock! Komm mal runter! Uuuuuh! Mach das Jungs, mach das Jungs! Jetzt kriegt er richtig, jetzt kriegt er richtig, jetzt kriegt er richtig, jetzt kriegt er richtig. Oh mein Gott! Ready, ready! Alles! Alles aufs Rittadio! Alles aufs Rittadio! Alles aufs Rittadio! Oder was kam denn die Kuhle? Oh! 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 Woh! 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 unschläger Kerl. Nein, natürlich. Sie hat Ja gesagt, chat habt ihr gehört? Tippt das. Nein. Äh, ist es Süßheim? Die ganze Zeit schon. Wenn auch du so nice Clips hast, wie in diesem Video, schick sie uns doch einfach zu. Und noch was, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert doch bitte den Kanal, lasst ein Gefällt mir da und kommentiert, welcher Clip euch am geilsten gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, bleibt sauber und lasst euch nicht abstechen.